dragon hell ja ein wunderschön wünsche ich euch und ich suche jetzt gerade nach dem weg so eine art überleitung also es ist das erste mal dass ich sowas mache es ist eine reaction und es ist letztlich gesehen kein zerstörungsvideo das steht fest ja das kann ich schon mal sagen es ist kein zerstörungsvideo aber es ist eine reaction auf jetzt digital der wiederum auf mich zuvor reagiert hatte so und lange rede kurzer sinn lasst uns einfach anfangen fangen wir erstmal mit dieser seite an das ist wenn ich vielleicht dann auch leichter hier haben wir auch noch mal das waren ist ein prototyp den ich gemacht habe den wir aufgenommen haben bei uns im wagen und ja hier ist auch nicht viel passiert die seite werde ich jetzt auch nicht großartig weiter also nutzen sondern ich habe sie aber letztlich gesehen liegt sie ja brach weil ich werde mich das ist übrigens damit ich meine also es macht keinen sinn eine seite zu machen die dann brach liegt dann lösche ich lieber wieder weil das das ist halt also wenn ich sowas machen muss ich auch irgendwie pflegen und ich habe erkannt dass also wenn man das regelmäßig pflegt dann hat man auch regelmäßig reaktionen kann damit irgendwas machen das ist egal ob twitter oder social media deswegen habe ich auch lange so fürchterlich lange gebraucht mich zu entscheiden ob ich neben dem jetzt digital kanal noch einen zweiten mache und auch da der jetzt digital kanal hat zum beispiel kriegt morgen noch ein bisschen content aber ansonsten hat ja auch hier kein content und das ist halt ist mal es gibt nichts schlimmeres wie jemand der der abonniert die abonnieren ja nicht weil keine ahnung in der video so gut gefallen hat dann würden sie einfach liken sondern sie abonnieren oder folgen dir weil sie weitere dinge von dir sehen will und das dann wiederum zu und dann alle nachstagen bei ein video reinzubringen und schlimmsten fall auch noch ein anderes thema das ist nicht so dolle deswegen sage ich mal also wenn überhaupt themen ich bin der meinung man sollte kanäle trennen nach thema oder sind halt personen themen also wenn ich das person der kanal bin dann ist es ja auch okay dann mache ich halt alles was ich so mache aber dann folgen menschen halt mir aber das ist halt meistens sind es eher themen also ich muss dieser sache gleich widersprechen das ist falsch und zwar aus dem folgenden gründe ich würde diese seite nicht löschen a ist ja content hochgeladen worden dieser content beinhaltet keywords unter anderem auch dragon hell so das heißt also wir haben hiermit eine sogenannte keyword verknüpfung das heißt diese seite zeigt keywords an die auch auf einer anderen seite gefunden werden das ist also fürs ranking sehr sehr wichtig und wird im seo sehr oft auch gemacht deswegen also ich würde eine seite nicht löschen ich würde sie ruhen lassen um schon die links und auch die hashtags die im prinzip auch wiederum eine basic darstellen zu nutzen ja er übersieht aber die hohen zahlen kommen von den live streams und die youtube hochladerei bringt wenig das liegt daran dass das youtube hochladen nur die folgenden oder die fans von der seite oder von seinem profil das mitbekommen wenn er live geht wie das bei bei facebook auch gelistet dann läuft das ein bisschen anders also facebook liegt natürlich auch eine priorität und die liegt da nicht drauf irgendwelche geteilten youtube links hoch so pushen so und von daher gesehen nein ich übersehe nichts und zwar kann ich das auch recht einfach erklären das heißt ich habe hier einfach mal gezeigt tb ist ein tool was ich nutze und hier etwas angezeigt und das ist nämlich eigentlich recht interessant weil es wird von youtube letztlich gesehen auch mit überprüft wie viele likes bekommst du über facebook so und wenn wir jetzt hier nach oben gehen haben wir eine sogenannte sharefunktion und diese sharefunktion und diese sharefunktion wird letztlich gesehen von youtube nicht umsonst angeboten sondern youtube möchte dass du dein content sharest um hinterher über diesen link überprüfen zu können wie viele likes oder welche aktion von ich sag mal von anderen leuten darauf hin ausgeführt werden so von daher ist es wichtig dass man letztlich gesehen sein video shared um hier zu sehen wie viele likes habe ich bekommen so hier haben wir twitter ich habe twitter einfach hier schon mal aufgemacht und dann sieht man schon folgendes das ist wieder so ein post den ich gemacht habe also das heißt ich habe es geschert ja und man sieht auch womit ich es geschert habe mit youtube und es wird automatisch eine benachrichtigung auch dazu gefügt also at youtube so dass youtube das letztlich gesehen sehr sehr leicht zurückvollziehen kann dann habe ich natürlich hier noch die verschiedenen tags und weiter da bin ich ja schon darauf eingegangen weshalb warum die so wichtig sind und ich sehe hier wir haben acht likes erhalten und gleich schon mal vorab ich gehe nachher auch noch mal gezielt darauf ein aber ich like mich nicht selber weil dann würde es hier blau sein nur mal so als kleine info gut wenn man sich jetzt mit twitter nicht auskennt okay kann passieren aber ich like nicht meine videos selber mache ich auch nicht bei youtube um das gleich schwarz vorweg zu sagen okay kommen wir zum nächsten punkt okay aber wie gesagt der das das übersieht ein bisschen deswegen bei facebook haben auch mal irgendwann ein zwei streams gemacht facebook das kann man machen ich halte das allerdings für die falsche zielgruppe persönlich aber das muss jeder für sich wissen ich bin eher so tendenz wo ist der löscht button für facebook für facebook bin dann nur noch weil ich auch wirklich eine riesen reichweite da habe ich verfolge eine sogenannte multi channel strategie das ist eine strategie die ich mir selber aufgebaut habe und die inhaltet letztlich gesehen dass ich mich nicht von einer plattform abhängig machen möchte das sind einfach lebensweisheiten die ich so im laufe meines lebens mir angeeignet habe und an denen werde ich auch festhalten ich sehe das ganze eher so wie eine art factory das heißt also ich mache eine erstverwertung eine sogenannte zweitverwertung und eine drittverwertung von dem material was ich letztlich gesehen erschaffe für mich stellt facebook und auch trovo eine chance für kleine streamer da beide sind sehr stark bemüht und geben sehr viel geld aus um sehr schöne tools für streamers zu generieren für ihre jeweilige plattform es wäre jetzt fatal für mich persönlich zu sagen ich streame nicht auf facebook oder trovo weil ich einfach sehe und ich denke das kann auch jeder nachvollziehen weil es ist einfach bekannt beide egal ob nun trovo da steckt tencent dahinter oder eben halt auch facebook markt zuckerberg das sind alles leute die gigantisch viel geld haben so das heißt wenn ich gigantisch viel geld habe dann kann ich mir jederzeit ein markteintritt erkaufen aber ich bin schon der meinung dass wenn facebook will und wenn trovo möchte können die geld in die hand nehmen so dass sie sich ihre aufmerksamkeit die sie benötigen für einen markteintritt einfach erkaufen punkt so denke brauchen wir auch nicht länger drüber reden ich möchte an dieser stelle einfach mal zeigen welche fortschritte ich auf facebook gemacht habe und zwar innerhalb von vier wochen und das zeigt schon dass man auf keinen fall facebook unterschätzen darf dann andere einstellung und ich zeige einfach mal warum ich denke dass meine einstellung richtig ist wir haben jetzt hier die veränderung und da sehen wir mich jetzt zum beispiel die letzten 28 tage das heißt wir sehen hier nochmal das war bis zum 8 mai gut da fehlen uns jetzt hier vier tage aber man sieht im prinzip bis zum 8 juni ja also das ist so der rhythmus wie letztlich gesehen facebook die auswertung macht und wir sehen hier eigentlich recht deutlich eine entwicklung und das kann auch keiner irgendwo gegensprechen die entwicklung ist einfach positiv wir haben letztlich gesehen eine steigerung erreicht von 135 prozent wobei das ja gut das haben die jetzt so errechnet ja also wir haben letztlich gesehen bisschen mehr gut ist richtig als verdoppelt wir hatten vorher 1700 können wir hier nochmal gucken 1735 und jetzt liegen wir bei 4173 also haben wir uns sehr gut verbessert und dann habe ich hier nochmal 131 und wir haben hier 399 so das heißt also 399 person in irgendeiner art und weise haben eine aktion gemacht also das heißt also jetzt nicht nur mein video geschaut sondern sie haben irgendwie was gemacht geschert ja ein like gegeben oder wie auch immer also das heißt also das ist das was die person gemacht hat und das ist natürlich so gesehen eine sehr sehr gute entwicklung das hat mit dem page likes das hatte ich ja schon angesprochen fragt mich nicht warum ja keiner like keiner mag meine seite scheinbar nein spaß beiseite die leute tun sich schwer mit liken ist einfach so ja ich habe sogar es gibt ja diese funktion bei facebook wo du gute freunde anschreiben kannst und sagen kannst hier gib mal ein like für meine seite habe ich natürlich auch gemacht aber ja aus irgendwelchen gründen haben die leute alle keine zeit ja haben nicht so die zeit sich meine videos anzuschauen wie auch immer es sei ihnen verziehen aber deswegen page likes zero ist ein punkt der schon mit sehr wichtig ist weil natürlich auch die page likes irgendwo deswegen zeigt facebook das ja auch an das sind schon drei wichtige punkte die in das bewertungssystem von facebook mit hineingeht frage sprach über lesen muss man als content creator content liefern oder ständig content obwohl er schlecht ist oh Marcel ich bin die ganze zeit schon auf dem 55 zoll fernsehen ja super also ich will mir die frage konzentriert beantworten ich würde sagen versuche ich mal ich versuche die mal mit der gegenfrage zu beantworten wirst du besser und bekannter wenn du als friseur arbeitest und noch nie eine frisur geschnitten hast wahrscheinlich nicht das heißt du musst ja schon was tun also du musst ja schon irgendwie du musst ja tätig sein damit man deine qualität und die videos erkennt musst du ständig unsinn bringen also schlechten content das ist die frage ob schlecht für dich persönlich schlecht ist also vom inhalt her oder schlecht gemachter content und da bin ich persönlich der meinung das was du tust mit dem was du machst ist ein aushängeschild von dir das heißt wenn du das jetzt tust und machst schrott also wirklich nicht nur inhaltlich schrott der jemanden nicht passt das kann ja eine zielgruppe haben durchaus aber sondern einfach fachlichen oder handwerklichen müll dann ist das nicht gut also wenn du content creator sein willst wie andere berufe und das auch professionell und das will tracken das professionell so siehst dann muss man ganz klar sagen dann ist ständig und häufig müll glaube ich nicht der richtige ansatz sondern dann ist weniger und sich verbessern und interessanten content liefern kommt auch dazu dass man das eben erreichen sollte oder eine zielgruppe auch wissen sollte das ist dann schon viel höher zu gewichten als einfach nur oft müll bringen ich glaube es so einfach tickt die welt auch hier nicht ja ich habe ein bisschen das template abgeändert weil ich denke da so ist es ein bisschen schöner man sieht mich ein bisschen mehr um die frage zu beantworten ich sehe es etwas anders und zwar aus dem gründe es ist richtig man sollte jetzt nicht den absoluten müll hochladen aber es bringt dir jetzt auch nichts wenn du jetzt das perfekte video produziert tausenden stunden zeit dort hinein investiert und keiner sieht dein video sondern man muss erst mal das fundament aufbauen du fängst auch nicht erst wenn du ein haus baust mit dem dach an sondern im fundament und um das jetzt hier zu schütten muss man bei der viewzahl die ich zum beispiel jetzt habe nicht so dermaßen auf qualität achten vielleicht eher auf quantität um das fundament vernünftig zu platzieren und das heißt letztlich gesehen dass die hashtags vorhanden sind das keyword ranking vorhanden ist dass ich überhaupt in die sichtbarkeit ein wenig hineinrutsche und das vergessen die meisten klar kann man sagen man liefert die perfekte qualität und nimmt richtig viel zeit und power hinein ins video aber das rentiert sich dann wenn du eine sichtbarkeit hast wenn dann wird es auch gesehen und honoriert aber wenn ich jetzt beispielsweise zehn stunden ein video hinein stecke und meine sichtbarkeit so niedrig ist dass ich nur drei oder vier views drauf bekomme ja muss ich ganz ehrlich sagen dann kann man die zeit auch besser nutzen zum beispiel fürs ranking aus dem grunde denke ich eigentlich ist es nicht ganz so wichtig am anfang jetzt auf qualität zu setzen sondern man sollte am anfang darauf setzen dass man das fundament baut das heißt also dass man ein gute ja ein gutes ranking hinbekommt dass keywörter gefunden werden dass man in den logarithmen erscheint dass man im prinzip das werde ich auch noch mal zeigen in verschiedenen videos was ich gemacht habe damit die performance der einzelnen videos nach oben ging das heißt also ich liege jetzt bei einer ranking von 98 prozent und am anfang lage ich bei teilweise zehn prozent später bei 40 50 prozent und habe mich stück für stück hochgearbeitet und das kriegt man nicht hin mit ein video sondern man braucht also in meinem fall habe ich gebraucht 200 videos ja um in diese situation überhaupt hinein zu kommen dass ich ganz klein wenig sichtbarkeit bekomme und das macht sich natürlich gerade jetzt wo ich diesen status erreicht habe auch in den views bemerkbar und wenn ich jetzt anfange mehr auf qualität hinzuarbeiten dann bringt es auch weil jetzt meinetwegen 40 50 100 leute das video wahrnehmen und am anfang haben es eben halt nur drei vier leute wahrgenommen so und wenn ich nachher irgendwo über 1000 oder mehr hoch rutsche dann ist natürlich schon wichtig dass man eine ja ich sag mal gute video qualität inhaltlich und auch von der ja ich sag mal vom von der tonqualität und grafischen qualität halt liefert das ist richtig aber nicht am anfang und ich glaube das ist das ist auch zwecken im moment noch ein bisschen die herausforderung von ihm er muss sich im klaren sein was ist denn bitteschön die zielgruppe die ich bedienen möchte wenn ich die zielgruppe kenne oder die einfache frage vielleicht sogar beantworten kann warum soll mir jemand zuschauen wenn du die frage beantworten kannst ja das ist jetzt die quizfrage nummer eins würde ich sagen warum sollte man mir zuschauen tja das ist die gute frage jetzt frage ich dich einfach mal warum hast du bis hier das video geschaut und ich kann nur eine antwort darauf geben und das ist auch wieder so lebensweisheit ich gebe viel lebensweisheit heute raus irgendwie habe ich das gefühl nein spaß beiseite ich hatte früher als ich noch in deutschland lebte mehrere shops gehabt ja und auch an verschiedenen standorten und wir hatten so ja sonderposten da war lebensmittel mit drin und 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 klamotten spielzeug also kunterbunte mischung wie man sich halt diese ja ich sag mal leden halt auch vorstellt so und ich habe eins gelernt egal welches produkt ich damals gekauft habe ich habe es gekauft und es musste mir nicht gefallen ich habe teilweise ich habe teilweise sachen gekauft die hätte ich mir nie in die bude hineingestellt aber sie wurden gekauft und das ist es einfach menschen sind so viel schichtig und so unterschiedlich und eben halt auch noch kulturell auch anders groß geworden dass es für jede sache auch eine gruppe gibt die das feiert so das heißt also es kann sein dass du mich persönlich nicht magst und andere genau das feiern was ich gerade mache deswegen also es ist schwer zu sagen ich denke es ist wichtig dass es unterhaltsam ist man hat mal in einem video was ich gesehen habe das war in amerika ja auf youtube amerikan hat einer ähm ein ein tipp gegeben man soll sich seine eigenen videos anschauen und wenn du sie bis zum ende anschauen kannst und du findest sie unterhaltsam dann sind sie gar nicht so verkehrt okay ist eine reine geschmackssache es kann sein dass einige leute sagen ich bin unterhaltsam andere sagen dass ich langweilig bin die dritten sagen dass ich zu alt bin und die vierten sagen vielleicht dass ich ähm lange haare habe oder was weiß ich keine ahnung aber es juckt mich auch nicht ich zieh mein ding durch und das ist der punkt ich mach nur das worauf ich lust habe ich lass mich in kein käfig oder in eine schublade irgendwie hinein pressen deswegen gibt es bei mir auch keinen streaming plan und es wird auch keinen streaming plan geben weil dann würde ich mich selber wiederum vergewaltigen ich möchte frei sein dafür das ist das was ich liebe Freiheit dass ich sagen kann was ich möchte und das tue ich auch und wenn es jemandem nicht passt dann kann er gehen und die leute die es mögen ja die können mir nachher im prinzip ihr pocket geben so also das ist einfach eine ganz einfache philosophie das habe ich bei bei meinen trainingsseminaren die ich früher gegeben habe so gehandelt wenn ich irgendwo was gemacht habe war das immer so ich habe mein ding durchgezogen und es hat mich nie interessiert was andere gedacht haben ob sie es toll fanden ob sie es gehasst haben es ist wichtig dass das was ich mache ich mag ich dahinter stehe und das tue ich bei allen sachen ob das jetzt die rucksäcke sind die sporttaschen die koffer okay die eine sorte an koffern weniger aber das hat mir auch einen kleinen fehler drin den ich hinterher korrigiert habe aber danach war eigentlich alles perfekt so und das ist so ein punkt wo ich dann sage ja da habe ich viel zeit hineingesteckt viel fleißarbeit und so weiter und das bin ich so und das ist es und das ist die einzige antwort die ich geben kann ich kann mich und ich werde mich auch nicht verbiegen für niemanden ich habe keine probleme mit zwei leuten da zu sein oder alleine ja so ich ziehe mein ding durch und das ist es punkt an dieser stelle täglich ein oder zwei posts die ich mache aber auch da wenn ich die frage stelle warum oder warum sollte mir bei twitter jemand folgen dann kann die antwort auch nicht lauten um mitzubekommen wenn ich ein video gemacht habe das also ich das so kann doch also aus meiner sicht kann so ein channel nicht funktionieren ähm ich bin jetzt so wenig aktiv bei twitter um twitter wirklich zu fühlen aber tatsächlich glaube ich das ist ja man kann zwischendurch bestimmt mal ein video hochladen und das da sagen und so dann im motto ey hör mal ich habe übrigens nebenbei aber das soll das nebenbei sein also sprich ähm ich glaube er muss anderen content in den beiträgen liefern damit menschen ihm auch dann folgen und einen grund haben ihm zu folgen der informativer ist als der inhalt ich habe ein neues video hochladen ich glaube das wird nichts also einen kanal bei twitter zu haben um einen kanal zu haben und zu glauben ich könnte da jetzt einen beitrag teilen und jetzt wird das hundertmal geklickt das funktioniert so glaube ich nicht ähm das ist übrigens auch wenn man die verschiedenste andere ähm hört die größer deutlich größer sind wie wir beide zusammen ähm dann kommt das da auch immer wieder raus das heißt naja du musst schon irgendwas bringen ne also guck dir die großen streamer an die machen das eher so aus aus ähm ja die tun für ihre person halt tatsächlich die sachen machen da kann man denen folgen die erzählen von ihrem leben oder interessante dinge die sie gelesen haben oder teilen irgendwas was sie gerade beschäftigt oder sonstiges ähm das heißt ich kann mehr erfahren über die person und wenn dann mal ein beitrag kommt ach übrigens bin ich erst live oder ich habe jetzt ein neues video hochgeladen dann funktioniert das auch aber ich glaube wenn der kanal faktisch nur aus den werbeinhalten besteht warum soll ich dem folgen also weil am ende des tages habe ich ja wenn ich ihm dann wirklich folgen will wenn du wissen willst wenn ein video kommt dann tue ich ihm halt bei dann folge ich ihm halt bei bei youtube und abonnieren da oder tue ihm bei facebook abonnieren oder sonstiges und das war's twitter ja ähm gibt es eigentlich nicht viel zu sagen zu ähm ich mag twitter nicht ist eine bubble äh wo die ziemlich hasserfüllt ist aus meiner also das ist meine persönliche meinung hasserfüllt ist ähm wenn man jetzt äh ja Zeitvertreib braucht und sich mit leuten beefen möchte dann ist twitter vielleicht der ideale äh oder die ideale Plattform aber für mich hat twitter keine Bedeutung null das einzige was ich brauche sind die Backlinks und die generiere ich auf diese Art und Weise wie ich das schon am Anfang des Videos gezeigt habe das heißt also ähm ich share ein Video ja und wenn Leute das dann ähm ich sag mal weiter sharen oder wie auch immer oder retweeten ja dann reicht das schon für mich und wenn ich noch ein Like bekomme bin ich happy Punkt das war's mehr nicht mehr will ich will ich nicht von twitter das heißt da werde ich auch nicht mehr Energie hineinstecken außer diese share Funktion zu nutzen um eben halt den sogenannten Backlink zu bekommen weil der ist wiederum fürs Ranking wichtig hatte ich vorhin ja auch schon gezeigt am Anfang des Videos ansonsten einfach nochmal nach vorne spulen und sich das anschauen er bekommt auch keine Likes dafür ne man sieht das unten das ist äh das ist äh das ist äh er selber hat dann nicht ein Kommentar oder Like drauf ja da muss ich ganz krass widersprechen ähm die Aussage ist komplett falsch und äh ja zeigt eigentlich dass man nicht die Ahnung hat ähm von der Sache weil wenn man die Ahnung hätte dann hätte wüsste man dass so wie du ein Like machst sich das farblich verändert und das ist bei YouTube so das ist bei Facebook so das ist bei Twitter so und das ist auch bei Instagram so das heißt also wenn du dich selber likest es ist immer sichtbar wenn du so eine Präsentation machst wie ich sie gemacht habe also von daher ist diese Aussage einfach ja weit her geholt ähm ich like weder meine Bilder selber ähm weder auf Twitter Facebook YouTube noch sonst wo Punkt gut ja ich sag mal eine Sache posten genau um des Postens willen und deswegen ich würde persönlich da wäre meine Empfehlung an Trecken tatsächlich zu gucken dass er sein Leben dort mehr teilt oder zumindest das was er gerade tut was interessiert wenn er irgendein Video sieht ähm wenn er irgendein Video sieht oder sonstiges ähm wo er sagt okay das interessiert mich dann teilt das halt einfach wenn er irgendeinen Beitrag gesehen hat zu er wird ja bei Lambo sich auch informieren und wenn er jetzt irgendein Video gesehen oder gelesen hat ähm wo interessante Informationen drin waren dann muss er es einfach teilen dann muss er sagen ey ich habe eben das gesehen und guckt mal auch rein spannend äh tolles Video gemacht oder keine Ahnung informativ einfach auch für andere teilen mehr informativ mehr über sich ähm oder hier heute äh geht es mir so gut ich bin nicht da keine Ahnung auf jeden Fall das ist richtig ähm ähm allerdings muss ich hinzufügen und das vielleicht wusste man das auch nicht ähm wird das nicht Twitter sein sondern da bietet für mich Instagram viel mehr Möglichkeiten und gibt mir auch viel mehr Tools an die Hand um da ähm ähm mit äh ja ich sag mal äh äh Leuten zu interagieren also das äh der Vorschlag ist nicht verkehrt allerdings würde ich es nicht umsetzen auf Twitter sondern auf Instagram aber trägen Hill 1964 das gleiche wie mit mein Instagram ich komme hier momentan nicht rauf weil ja meine Handynummer da würde ich überhaupt gar keinen großen Affen raus machen ich muss ihm das mal unbedingt sagen bei 26 Follower bei TikTok würde ich einen Account einfach in den Müll schmeißen und einen neuen machen das sehe ich auch wiederum komplett anders für mich ist wichtig dass ich ein durchgängiges Branding habe Punkt ähm ja damit ist eigentlich schon fast alles gesagt nein wir werden auch noch ein bisschen drauf eingehen ähm ähm es ist denke ich für Leute wenn sie mich suchen leichter mich zu finden wenn der Name überall gleich ist so das heißt also wenn du jetzt auf Facebook äh hingehst und Dragen Hill 1964 eingibst kommst du auf meine Seite gehst du auf ähm YouTube Dragen Hill 1964 und ähm und ähm wenn du jetzt ähm Instagram das gleiche und wenn du jetzt auf TikTok gehst und jetzt Dragen Hill 1964 eingibst kommst du auf diese Seite die mir eigentlich gehört aber ich momentan nicht raufkomme ähm ähm mache ich jetzt einen neuen Account und nenne das jetzt meinetwegen Dragen Hill ähm 88 werde ich nicht gefunden und ich bekomme auch nicht wiederum diese äh ja Keyword Verknüpfung hin die für mich einfach wichtig ist deswegen ähm wäre ich eher bereit paar hundert oder vielleicht sogar auch paar tausend Euro dafür auszugeben um diesen Account zu bekommen ja äh 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 ähm ähm den ich hier aufzeichne ähm jeder kann eine andere äh 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 ja ja Auffassung haben ähm ähm wir sind bei dieser Reaction auf eine Ausgangssituation oder sind von einer Ausgangssituation ausgegangen und zwar unter dem Motto von Null zum Lambo und ähm ähm es betrifft jetzt in dem Falle meine Sichtweise und auch meinen Weg den ich gehen werde so und den kann man beleuchten man kann sicherlich auch eine andere Meinung dazu haben ähm ähm aber ich denke ich habe hier ziemlich eindeutig und auch klar gestellt worauf ich Wert lege zum Schluss nochmal darauf hingewiesen also wie gesagt ich klicke nicht auf meine eigenen Videos solche Aussagen sind ähm ja weit her geholt und ähm der Rest ist eigentlich aus meiner Sicht äh nachvollziehbar geschildert worden von mir ja äh schauen wir mal wie Reaktion ist ne heißt ja auch Reaction ähm kein Hate an dieser Sache äh ja geht von dieser Stelle aus also ähm man kann darauf reagieren man kann eine andere Meinung haben ähm man kann letztlich gesehen sagen dass ich komplett falsch liege es ist mein ja mein denk weise und so wie ich halt fühle und das habe ich jetzt mit diesem Video zum Ausdruck gebracht denke dass ich einige Sachen äh auch ins richtige Licht gerückt habe die vielleicht vorher nicht so klar waren ähm und für die Leute die diesen Weg vielleicht irgendwann mal multiplizieren wollen für sich selber oder kopieren wollen für sich selber ähm ja müssen oder können dann eben halt eine entsprechende Einschätzung machen ähm ähm letztlich gesehen kann man nicht sagen wer wer oder wer ja ja Recht hat oder kein Recht hat weil keiner von uns kennt die Logarithmen der einzelnen Plattformen weil die sind ja nicht veröffentlicht so das heißt wir arbeiten hier letztlich gesehen auf ähm persönliche Erfahrungswerte in dem Falle auf meine Erfahrungswerte äh mit denen ich bis jetzt eigentlich recht gut gefahren bin und auch entsprechende Erfolge nachweisen kann und ähm ja das muss jeder für sich selber entscheiden welchen Weg er geht ich zeige es hier anhand meines Beispiels dass ich diesen Weg gehe und ja ganz zum Schluss nochmal schaut euch nochmal das tolle Template hier an ja die Steine sind mit Photoshop Hand gemacht von mir ja das Feuer genauso ähm ähm die Steine sind alles von mir ähm ja kreiert also das ganze Template ist von mir kreiert Punkt ja ich hoffe es gefällt euch äh deswegen hatte ich auch während des äh Videos eine kurze Veränderung gemacht das heißt also die zwei Bilder rausgenommen und mit diesem einen hier ersetzt ich hoffe oder ich glaube es sieht besser aus und ähm ja schauen wir mal ne was so die Zukunft bringt okay in diesem Sinne erstmal ne Dreh in Hölle und äh ja Kurs Kurs geht raus an jetzt digital Bye kurs we 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 m we we subscribe